Die Firmen-ABC-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Die Bäckerei Reichertseder ist ihre traditionelle Backstube in Frankenmarkt, Vöcklerbruck und Salzburg. Hier achtet man besonders auf den natürlichen Rhythmus der Natur und die jahreszeitbedingte Verfügbarkeit der Rohstoffe. Die österreichischen Qualitätsprodukte vereinen alte Traditionen und neue Trends. Von Brot und Gebäck mit besonders aromatischem Geschmack über feinste Konditoreiwaren bis hin zu herzhaften Snacks. In der Bäckerei kommen ausschließlich hochwertige und wertvolle Zutaten aus regionaler Herkunft zum Einsatz. Und das schmeckt man auch. Allergrößten Wert legen die engagierten Mitarbeiter in sämtlichen Filialen auf eine hygienische Handhabung und fachgerechte Lagerung. Freuen sie sich auf beste Produkte von höchster Güte. Die Brot- und Backwaren erfreuen sich übrigens auch in der Gastronomie und Hotellerie in den umliegenden Regionen großer Beliebtheit. Bäckerei Reichertseder – mit der Natur leben!